Du pisst, ey, ich war erster, das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich bin nicht erster, ne, da hab ich den Wellengang nochmal ganz gut eingeschätzt und bin dann einfach auf den höchsten Platz rübergefahren. Du wenig speed. Nein, Diko! Oh shit. Okay, aber nicht färst. Ich bin atropisch, obwohl der nächste war. Das ist der Wellenparcours schlicht hin. Das ist der Wellenparcours. Heute mit Mabossa, mit Diko, mit Cap. Herzlich willkommen. Wir haben hier eigentlich ein Panto-Stunt-Rennen, aber es gibt einen neuen Wagen. Wie heißt der nochmal? Brioso. Brioso ist auf jeden Fall ein Abarth. Oder Brioso. Der ist auf jeden Fall ein so ein Fiat Punto Abarth, äh Fiat Punto sag ich schon, ja. Fiat 500 Abarth soll das darstellen. Also die Turbo-Version, das ist ein bisschen wie von Party, der Mini-JVC. Nicht ganz egal, aber noch kleiner, aber dieselbe Richtung, muss ich sagen. Ein kleiner Wagen mit sehr viel Leistung. Mieser Lampen, du hast es so verdient. Liga. Alter, ist das. Es ist so geil. Wie viele Punkte. Was? Fußbälle? What the fuck? Wir haben eine Autoball-WM-Spiel. Das ist geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Wagen fährt nicht so geil. Ich muss mich gerade erst mal konzentrieren. Ich habe Felix so platt gemacht. In dem Rennen weiß ich nicht, was ich fertig aufnehmen konnte, weil es mega geleckt hat. Das habe ich zweimal gewonnen. Ich kann das hier mal einblenden. Sorry, das ist dann gerade sozusagen richtig krass leckt. So da, was ihr gerade seht. Danke schön für das Schubsen. Ja, aber Dena, heute wirst du verkacken. Oh ja, ja, ja. Ich habe zwei fette Rennen gewonnen letztes Mal. Und das habe ich nicht aufnehmen können. Ich habe es auch nochmal nur so lecky. Deswegen sehe ich dir das jetzt hier. Nein! Ah, so. Ich habe eine Waschmaschinentrommel hier. Und jetzt bin ich hier dritter. Jetzt muss ich noch was aufholen hier. Ja, ich habe richtig krass verkacken. Nur lasse ich mich nicht abfusschen. Vor allem, wenn wir so einen geilen Wagen haben hier. Die Map ist geil, Mann. Alter, guck mal, wie wir einander. Das ist so ein spannendes Rennen zwischen Deko und mir gerade. Vielleicht wirst du weggepimmelt. Scheiße, ich bin auf dem Ball. Ah! Ah! Ah, guck mal, ich hänge hier. Bin aber durchgekommen hier. Ich habe richtig verkackt, Alter. Alter, ich bin so mal angekündigt. Boah, wie nice ich gelandet bin. Und das ist Kev! Nein! Ist das dein Ernst? Ups, Kev, tschuldigung, Lieb. So, Felix ist auf meiner Abschlussliste jetzt. Ja, dann versuch's doch. Oh, Alter, dieser Wagen. Der... Ich wurde mal geboostet. Guck dir das an. Oh, sehr gut, Kev. Ich fahr in jedes Windrad rein. Ich habe auch gerade so krass Verwirrung. Werden dieser Wagen einmal in den Schleudern kommen? Er dreht sich einfach komplett um seine Vorlachse rum. Ganz ehrlich, das ist die Sportversion vom Panto, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Das ist voll nice. Also, ich muss sagen, er ist genauso scheiße wahrscheinlich wie die Vorlage. Nein, der ist geil, oh. Der ist mega geil. Oh, Uchacho, das ist ein Smiley. Leider kommt auch nicht rein, glaube ich. Wo muss ich hin? Da, der Ding! Was ist das denn für ein La... Nein, ich war so noch an den zweiten Rand die ganze Zeit. Jetzt bin ich gestorben. Oh, jetzt ist Deko, jetzt ist wieder spannend. Ey, ich überdrehe mich bei jeder Kurve. Ich bin Erster? Ja, du bist vor mir. Hab ich das denn gemacht? Ich hab doch gesagt, ich bin in den Stromast reingeflogen. Wo muss ich hin? Komm, Deko ist Erster, dieser Pro. Du bist gerade eben wusste, er kam nicht, ob er erster war. Und ich bin dritter. Da unten steht euch sehr endlich wieder jemanden. Deko, 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 Deko. Ich kriege so viel Gas, wie irgendwie geht, aber Mann. Und diese eine Windkraft bleibt einfach stehen hier. Oh Gott, das war knapp. Nice, feine Winger. Dinger, den Speeds, sie laufen. Alter, der dreht sich so leicht hier, der Panto. Aber richtig heftig. Das ist kein Panto, das ist der Briescher. Ja, aber der fliegt sich an, ja. Alter, wo wieder durchgeschleudert wird. Alter, ich hab auch. Alter, der hat lange ge... Weiter, 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 weiter. Leute, ich bin im Mund vom Speizenzeit. Wir verlieren den Grip hier. Jetzt haben wir Gas gehen wieder. Wow. Runde zwei. Nice. Das war richtig geil. Oh, 10 pro 2 Runde. Das küsst du mich, dann kann ich noch einholen. Das schaffen wir diesmal. Besser, 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 besser. Alter, Spur. Lucky Deko. Oh yeah. Ich bin zusätzlich für einen geilen Briotto-Stunt. Nice. Ich hatte eben auch wieder bei 100 Runden-Stunt-Cat. Richtig häufig, ich musste gerade dem Ziegenmann einen Hoden opfern, um durch die beiden Windräder durchzufliegen. Alter, ich glaube, ich bin auch nicht geflogen, aber ich hab nichts geauftragt. Schau, ich bin auch nicht pittet. Nein. Ein Opfer für die Katz-Deko. Ey, das ist unglaublich, wie viel Pech ich hier habe. Das ist unglaublich. Geben Sie Gas. Alter. Ich hoffe, er bleibt direkt knapp. Oh, oh, oh. Ha, digga. Da steht er immer still in dem Windräder. Nein, ich bin wieder nicht. Ich werde gleich überrunden von euch. Ha? Ich bin aber noch nicht in der zweiten Runde. Du Bastard. Es gibt Bonuspunkte, wenn man das Ausrufezeichen trifft, ne? Ja. Nur als Tipp. Und Justin. Alter, shit. Ich bin fast. Alter, Deko. Ich hab wieder meine Eier mittendran. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Oh, digga. Oh, digga. Alter, meine Karre ist so versaut. Er ist nicht mehr weit weg, weil ich schaff die Karre. Er ist nicht mehr weit weg. Nein, da ist Kev. Ich bin direkt hinter dir. War pissig, hast du es echt durchgeschafft oder was zusammen? Oh nein, ich hab nicht. Aber ich bin direkt hier, Alter. Jetzt ist saftig gleich. Ich schaff die seine Stelle dann an dich. Richtig viel Zeit verloren. Nein. Oh shit, was ist das denn? Ich glaube, der Motor ist kaputt von meinem. Der hört sich nicht mehr gut an. Deko hat mir Fußball gekickt. Der kleine 13-N-Arbeiter da drin steckt hier. Der hatte gerade dreimal so unluck, Alter. Was? Ich bin explodiert. Hey, Deko und Mabassa gleichzeitig tot? Ey, ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht in der zweiten Runde. Was? Was ist da passiert? Oh, wer hat den Fußball gestillen lassen? Hier ist der Fußball dabei noch gewesen. Der hat jemanden da nur hier gelassen. Das ist aber nicht in Ordnung. Ich hab mehr Glück als Verstand und er ist rechts. Smiley. Oh fuck, oh fuck. Nein. Alter. Ich muss doch hier gar nicht hin. Alter, wie bin ich da denn explodiert? Nein, jetzt doch auf mit der Scheiße. So weit, so weit. Ich bin hochgeflogen und bin dann in den Tunnel reingefallen, wo ich gar nicht hin muss. Oh, ich bin nach Hause. Da hat gewohnt ihr nicht gespielt. Jetzt bin ich dritter, Alter. Hier nach Hause telefonieren. Das war so unlucky. Ey, Mabassa. Irgendwie bin ich das witzig, wenn du verkackst. Alter, ich nicht. Tico, bist du bitte gefahren in dieser Runde, dass du so weit weg sein kannst schon? Ey, ich bin Pro. Achso, ich bin Zweiter, das da vorne ist. Kev. Ja. Was? Ich hab gerade richtig verschissen. Ich bin hochgeflogen durch diesen Booster. Ja, und bist... Und bin dann in einem anderen Rohr gelandet. Ich darf es dir nicht verkacken, dass du da rauskommst. Aber da hast du so viel Zeit dadurch verlierst. Alter. Da muss man echt mega hier das Auto kontrollieren. Richtig Schmuf. Um keine Zeit zu verlieren. Alter, und... Alter, ich bin perfekt Schmuf, wie durchgefahren. Highspeed. Hey, ich bin nur noch dritter. Ich hab einen Punkt verpasst. Und Spaß. Ich hab einen Punkt verpasst. Nee, doch nicht. Ah, nee, ich bin Zweiter. Okay. Ich dachte nur, weil es mir kurz anders angezeigt wurde. 100% Highspeed. Und Schmuf gelandet und da ist er im Ziel. Der King. Nein, aber ich wollte die Käfer einholen. Aber da vorne ist halt schon ein Ziel, Leute. Ich war nicht weit weg von Käfer. Das hätten wir vielleicht noch schaffen können. Oh, nein. Ganz knapp hinter Käfer ein ins Ziel. Aber ich dachte nur, eine gute Zeit hab ich gehabt. Och, come on, Alter. Das ist ein würdiger Einstand. Und Deko hält die Map nicht. Für mich wieder hier zurück bei GTA Online, würde ich mal sagen. Doch, Deko hat noch die Map. Deko ist doch schon längst im Ziel. Marbossa, babe. Deko ist da drin. Marbossa fährt noch. Ja, Entschuldigung. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwie... Marbossa kann sich mal andere anschauen. Nee, das ist... Ich bin gespannt auf die Zeit gleich. Komm, noch ein bisschen. Was? Da bin ich auch explodiert. Das war so passiert. Das war so passiert. Was ist das denn, bitte? Wenn ich sehe, wie Marvin fährt, sage ich nur, verdient, Leute. Wir sehen uns in einer Sekunde weiter bei der zweiten Lab. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder am Start mit einem weiteren Stuntrennen, aber einem Caddy Stuntrennen. Also ich finde es echt cool, dass es da verschiedene Stuntraces gibt. Und weißt du was, was ich noch erwarte? Paggio GTA Stuntrace. Alter, wir sitzen im Caddy mit so einem Stuntanzug. Das wäre echt auch eine geile Sache. Ja, Leute. Ich sehe ein bisschen aus wie Elvis hiermit, würde ich sagen. Marvin, auf dem blauen Suit steht Strontzo drauf. Was? Dann geht der blaue jetzt mir. Auf meiner Brust steht mir. Auf meiner Brust steht mir. Dann ist das ja jetzt meine. Alter, es kommen da voll Wellen durch. Was ist hier denn los? Ich habe jetzt erstgenommen. Äh, wo müssen wir denn da? Äh, ich fahre einfach mal. Geraus, glaube ich. Ich fahre bitte. Das ist wie Super Mario. Ich fahre links. Das ist richtig Super Mario. Hat das irgendwie auch andere Sounds, den ich gerade beim Start gehabt? Nein. Nein. Ich fahre krank. Ah. Nein. Deko in der Mitte, er läuft. Oh fuck, oh fuck, gib Gas. Hey, man weiß gar nicht, wo man genau hin muss, oder? Kann das sein? Ich glaube, man kann alle Wege nehmen. Leute. Okay. Über die Welle rüber, Leute. Alter, ist das geil. Richtig Super Mario. Richtig gemein, ne? Alter, die Wellen, die nehmen einen richtig auseinander. Ja, ich schaff das gar nicht. Super Mario Kart. 2D-Platz. Oh, auf, 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 zwei Rädern. Das ist ein richtiger Geschicklichkeits-Bakou, Leute. Die Wellen sind gerade flach. Komm, fahr, 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 fahr. Ja, das ist ein Wückel. Jetzt muss man uns gerade mal aussetzen. Oh, da vorne kommt eine hoch. Ja. Au, 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 au. Kein Problem, Leute. Wir sind ein paar KD-Profis. Nice. Oh. Durch die Feuerwehrs, Mann. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das ist echt cool. Oh, wow, wow. Und ich glaube echt, was ich gesagt habe, mit den neuen Teilen sind andere Leute motivierter. Ah, nein. Oh nein. Jetzt ist mal wieder was neu ist, ne? Man könnte jetzt ja schon glatt so eine... Oh, das war richtig schwer. Die Abstrecke bei Mario Party, die so wieder... Ja, stimmt. Die könnte man richtig cool nachlesen. Aber was sind das die ganze Zeit für Geräusche, die hier kommen? Das ist Alarm, weil du erst da bist. Richtig übertrieben. Cool. Alarm, du Darm. Was? Oh, nein. Bleib ich dir in den Caddy. Oh Gott. Das war ein Armwasser. Und ich bekomme Konkurrenz von hinten. Ich stürze ab. Oh nein, die Wellen sind richtig hoch. Wie soll man das machen? Die Wellen sind zu hoch gerade. Ist das geil. Oh, das wird ein spannendes Race. Was? Ich denke auch. Und das Gute ist, Leute, man kann sie gar nicht abschießen hier gerade. Das ist meistens... Nein! Ich bin ersoffen. Ich kann noch mal jemand anderen abschießen. Oh, hallo. Ich bin gerade in den Wellen ersoffen. Alter, die Wellen sind viel zu groß. Nein! Gebt doch Gas! Geht aber, schubst du mich denn zusammen? Ja! Gebt Gas! Aufsache Magen, du mich zuerst geschubst, oder heult er rum, oder was? Ey, ich war Erster, das kann doch nicht wahr sein. Nein! Und jetzt bin ich Erster, ne? Da hab ich den Wellengang immer ganz gut eingeschätzt und bin dann auf den ersten Platz rübergefahren. Du bin nicht speed. Nein, Nico! Oh shit! Ey, das ist ja der Oberhammer, ne? Ich bin ertrunken, obwohl da nichts mehr war. Das ist der Wellen-Parcours schlechthin. Oh Mann! Ja! Hallo, Boost? Wo ist der Boost? Was siehst du dich jetzt endlich mal, ey? Ich brauch den Boost! Und Boost! Und Boost! Und Boost! Und Boost! Das ist viel zu wenig Boost! Deko schiebt euch aber beide Runde, ihr habt keine Chance gegen mich. Nein! Ja! Guck mal, den ist soweit vorne, weil Deko hier so hardcore am Trollen ist, ja? Alter, faul! Yeah! Leute, meiner ist wieder gestorben. Nice! Man braucht hier echt Glück, ne? Man braucht hier wirklich Glück. Nein, das ist Skill, deswegen bin ich auch Zweiter jetzt. Alter, dieser Tsunami, ich seh noch nicht mehr die Messen. Dieser Boost! Ich krieg nicht genug Boost! Alter, faul! Nein! Ach, da ist schon wieder... Der Boost ist manchmal nicht stark genug. Da ist schon wieder... Der da! Hallo! Ja, ja, ihr habt jetzt meinen Boost bekommen, Alen. Jetzt hab ich meinen Ultra Boost bekommen. Geben sie mir den Boost! Oh Mann, was passiert hier? Leute, ich hab jetzt auch keinen Boost! Boah, ich hab's, ich hab's! Oh fuck! Alter, ist das nice! Mehr Speed! Oh, da ist Martin! Oh Gott! Da ist er ja! Jo! Jetzt hab ich den richtigen Boost bekommen! Alter! Alter, verweiter! Wer kommt auf solche... Wer kommt auf solche... Wer kommt auf solche... Nein! DENAMARVIN! Was? DENAMARVIN! Hallo! Was ist denn? Ohne Witz, ich hab auch keinen Boost gekriegt gerade. Ja, eh! Manchmal kriegt man nicht genug Boost! Wuhu! Alter, wie's abgeht! Ich! Auch Boost! Hä? Ohne Witz? DENAMARVIN! Was ist denn? Jungs, was habt ihr denn gemacht, um Boost zu kriegen? Einmal nochmal! Einmal nochmal! Einmal nochmal gegenfahren! Ich fein schon zum dritten Mal, aber irgendwie krieg ich keinen Boost! Ja, manchmal kriegst du einen Boost! Ja, manchmal kriegst du einen Boost! Ja, schon! Digga, die Map ist so geil! Komm, komm, komm! Alter, jetzt geht's aber richtig ab! Wuhu! Hä? Ohne Witz, Marvin! Habt ihr Anspruch geholt? Warum drehe ich mich da Gucke? Nein, das ist einfach... Manchmal hat man den! Manchmal hat man den, manchmal nicht! Also ich hatte bisher den viermal nicht und... Ja! Einmal verkackt, oder was? Alter! Scheiße, der Boost ist ja übertrieben heftig! Hallo, Deko! Alter! Wuhu! Ich hoffe, ich flieg nicht zu weit! Nicht wirklich! Wie häufig soll ich da noch experimentieren? Ich flieg viel zu weit! Guck mal, wo ich lande! Da, ich bin im Punkt! Ey! Alter! Felix, jetzt wirst du eingeholt! Ey! Please! Das ist doch so random mit diesem Ding! Ich hab meinen First-Train echt verkackt! Ich bin im Punkt! Nice! Nice! Gib Gas! Ey! Ich hatte... Ihr dürft nicht zu weit fliegen, ja? Felix hat Windschatten! Oh fuck, das Wasser! Ich bin perfekt gelandet! Perfekt! Was? Ooooooh! Jawoll! Weiter Platz! Jetzt geht's ab, Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass... Alter, jetzt geht's ab! Alter, jetzt geht's ab! Alter, jetzt geht's so langsam! Nein, Mann! Alter, wie langsam ist der? Du, wir nehmen die Mitte! Du, 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 du! Alter, die Mitte ist ja über-easy! Die Mitte ist richtig einfach! Die Mitte ist richtig einfach! Wohin? Und? Weiter, weiter, weiter! Na, Wasser! Ja! Ja! Was ist das denn? Dieser Booster, der schwimmt so weit oben? Alter! Zieh dich, Deko! Ja! Okay! Das ist perfekt! Deko, du musst mal Bossa vernichten! Nein! Ey, ganz ehrlich! Ja, ich versuch! Fahr schneller! Was habt ihr denn alle gegen mich? Vernichte ihn! Alter, der ist soo... Oh nein! Ey, das ist schon eine geile Webse! Ich bin auch auf der Straße gelandet! Ey, das ist der Hammer! Und, 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 komm! Alter Schwede! Ja, das sieht sehr gut aus! Ja, das sieht sehr gut aus! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Ich hab's nicht geschafft! Oh Mann! Ich bin aus der Welle geboostet! Egal, Alter! Egal! Ich hab den Scheiß Punkt verpasst! Oh ja, das ist nicht wahr! Ich wurde aus der Welle geboostet! Komm, 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 komm! Ich wäre jetzt hier dran! Ich wäre jetzt hier dran! Fahrt sie! Nein! Und, weiter geht's! So ein Scheiß! Weiter geht's! Jetzt kommen wir sind nicht mehr da ab! Nein! Alter, ich muss jetzt hier alle hergelegen! Ich muss den Boost kriegen! Ich bin hier! Perfekt! Perfekt! Ich hatte so viel Pech in der letzten Folge! Und jetzt rasiere ich die, wenn's ums Scale hier geht! Ey, Marvin! Du hast auch wieder Glück, dass du direkt drei Boost kriegst, ne? Ich spawne wieder zum zweiten Mal! Ich will damals den Boost nicht! Schon wieder nicht! Nein! Ich hab's nicht geschafft! Fuck! Was ist da los? Drückt ihr irgendwas im Num-Pad oder so? Nein! Nein! Das ist jetzt echt schon! Fuck! Marvin! Nein! Alter, das ist ja so unfair! Hallo! Ich hab kein Speed bekommen! Ich hab kein Speed bekommen! Ey, ist das... Oh, wie alti ist das? Oh, Marvin! Nein! Ich spawne bereits zum fünften Mal jetzt neu! Ich hab's nicht... Ey! Nein! Ah! Ja! Komm! Ey, was soll das denn? Hammer! Jetzt bin ich zu langsam gerührt! Nein! Nein! Ist das fies! Ich hab's nicht geschafft! Ja! Ich hab's nicht geschafft! Deko! Nein! Spring! Nein! Flieg! Ich bin nicht mehr drauf! Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein! Boah! Das ist ja verhindert, Alter! Ey! So... So unverdient! Nein! Mann! 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 Mavi, wie häufig musstest du spawnen? Ich hab einfach drauf losgefahren. Ich bin, ich musste 8 mal respawnen, bis ich den Bußgericht habe. Ich hab's beide Male fest. Insgesamt bin ich bei dem Ding 15 mal respawnen. Alter, diese Wagen. Das kann doch nicht sein. Alter, Leute, ich kann nicht mehr. Das kann doch nicht sein, Junge. Der Wagen ist so langsam beim Anfahren. Bei mir ist er bei euch auch so ultra langsam beim Anfahren. Das ist so schlimm. So, das ist der liebe Kev. Dann kann ich jetzt wieder reinfahren. Mavi, ich lieg auf der Seite. Lass mal Fußball spielen. Too late. Now it's too late. Mavi, wieso war das nicht auf Dena? Ich dachte, der wär auch schon da. Nein, Dena ist doch ganz erst pissen. Man kennt ja die Map schon. Hei, 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 Leute. Der rückt der Scheiß. Seit dessen so ne Scheiße hier. Ey, das war 15 mal insgesamt respawnen. Ganz ehrlich, Mavi, hätt ich diese 15 respawns nicht insgesamt. Was? Mach es nicht. Mach es nicht. Aber dies hätte, wenn und wäre. Bei mir, ich hatte wieder so Pech am Ende. Unglaublich. Man hat mal Pech, man hat mal Glück. Das ist keine Instanz. Gerade mit so leichten Wagen wie dem Panto-Caddy auf sich fast da. Und wenn es euch gefallen hat, lasst die Daumen nach oben da. Checkt Dena, checkt die Lusos, alles in der Beschreibung. Und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde GTA Online. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.